So, liebe Freunde, Tagebuch Nummer 3, Sternzeit 2012, 07, 06 und hier zusammen mit Mr. Smoker, der ein absolut geiles Set hingelegt hat und jetzt heißt der Rudy MC, wie ihr das hört, wir drehen haben die Kamera, aber mit dem iPhone kann man das machen. Aber, the place to be is here, with Mr. Smokedog in the house. Check, check it out.